Musik Hey jo meine lieben Zuschauer, schön dass ihr eingeschaltet habt bei den Dead Pictures News. Heute mit dabei als Praktikant. Hallo, das bin ich, euer René. Ja und jetzt beginnen erstmal die News. Jeden Tag kommen zwei Folgen raus. Einmal auf der PS3 und auf der PS4. Die Folgen werden immer gegen Mittags hochgeladen und nachts, einen Tag davor, stelle ich mal die Zandmails hoch auf Facebook und Twitter. Schaut mal vorbei und wenn ihr wollt, kommentiert und liked die Bilder. Was schreibe ich denn da? Okay, wenn ich am Wochenende aufnehme, ca. eine Stunde Videomaterial ist eine Staffel und die teile ich dann ca. in 6 Folgen. Eine geht dann 10 Minuten, die letzte Folge geht immer ein bisschen mehr. Wenn ihr dabei sein wollt, der Aufnahmetermin ist samstags um 19 Uhr auf der PS4 und sonntags um 16 Uhr auf der PS3. Und in der Kanalbeschreibung steht das Programm der Woche drin. Oder was wir auch demnächst hochladen werden. Ansonsten, wenn ihr noch mehr sehen wollt, stöbert ein bisschen in der Playlist herum. Dort gibt es verschiedene Staffeln zum Ansehen. Ich habe auch GTA 5 auf dem PC. Wir werden dann zusammen ein paar Videos hochladen. Am Samstag ist wieder live on Twitch. Schaut vorbei, kommentiert oder spielt mit. Am Sonntag nehmen wir wieder auf. Auf der PS3 um 16 Uhr. Ja. Meine selbstgemachten Produkte habe ich auch schon so, aber nur erstmal für mich. Das sind erstmal diese T-Shirts. Die wurden mit iBrasch gemacht. Ja, die sind wirklich sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich liebe die beiden T-Shirts. Es kommen noch mehr. So, und ich habe meine eigenen Versitenkarten produziert. Meine eigene Idee, wirklich. Die sind wirklich sehr schön. Ich habe selbst ein paar Bilder davon gesehen. Die sind so hammergeil. Ja, wirklich hammer. Wenn ihr auch in einer Kuh sein wollt, dann... Schaut mal in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr den Link zu diesem Video. Ja, und die Kuhkleidung und das Kuhauto findet man da drin in diesem Video. Und dann könnt ihr auch schon dabei sein. Wir werden nicht immer mit Kuhkleidung machen, aber wenn wir so eine Aufnahme machen, dann sollten wir schon alle haben. Und, Denise, und jetzt schon bereiten wir das 1000-Abonnenten-Video vor. Das wird genauso wie das 500-Abonnenten-Video. Und wenn ihr auch in diesem Video mit dabei sein wollt, schreibt nicht an oder kommt in der Lobby rein. Und dann machen wir kurz so eine kleine Szene, die für euch ist. Auch in der Garage. Also stellt eure 10 Autos in eine Garage rein. Die stellen wir euch dann vor. Ja, wir machen wieder ein Video. Dieses Wochenende werde ich 3 Folgen hochladen. Eine auf der PS3 und zwei auf der PS4. Samstag und Sonntag. 3 Stück. Oh ja, da freue ich mich ja wieder drauf. Endlich wieder 3 Folgen fürs Wochenende. Ja, 3 Folgen am Stück. So, das war es mal wieder von den Dead Pictures News. Für dieses Mal. Willst du noch ein Schlusswort fassen? Nein, danke, Bankura. Ich bin fertig für dieses Video. Danke, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.